Nur ein kurzes Video. Hier beim Essen habe ich frischen Kokosnusssaft bestellt und so sieht frischer Kokosnusssaft aus. Die Kokosnuss ist aufgemacht, geschält und ein paar Röhrchen drin, aus denen man raus trinken kann. Das ist mal wirklich richtig frisch. Und die Kokosnüsse wachsen einfach hier oben und hier unten auf den Bäumen. Also, nichts abgeznittet in Flaschen und sonst was. Richtig frisch, direkt vom Baum, direkt aus der Nuss. Richtig gut.